Ja, wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst, ich befinde mich derzeit in einem Quarantäne-Hotel. Man hat mich da heute zum Mittag hergebracht. Ich werde da gut versorgt, das Zimmer ist echt okay, es passt alles. Ich habe alles und meine weißen Buddies eben sind sehr nett. Haben wir heute auch ein kleines Maskottchen vorbeigebracht. Ich bin in Kontakt mit Freunden und natürlich auch der Family und kriege da Unterstützung, positive Gedanken. Natürlich ist es hart. Ich war gar nicht gestartet, keine Frage. Ich versuche jetzt mein emotionales Level einfach konstant zu halten. Ich drücke meinen Snowboardfreunden morgen oder heute die Daumen, haut sie Haare, nutzt die Chance und ihr zu Hause drückt mir bitte die Daumen, dass ich bald nach Hause komme. Danke.